Herzlich Willkommen zurück zu Outlast mit Samki mit Katze meine Wenigkeit zum letzten Part Ich muss nicht aufpassen ob er nicht gleich hier ist Wir wissen ja das mega fett wie fett fett hier ist der fiese Fettsack Das Problem an der Sache gerade ist ich höre ihn nicht Ich sehe ihn auch nicht Wir wissen schon mindestens wo ein Ventil ist Das komplette ja Geh weg Bieg ab Bieg ab Geh�방 Das war's für heute. Ich habe gerade irgendwo die Tür eingeschlagen. Häussliche Gewalt, meine Freunde. Häussliche Gewalt. So sieht es ja aus. Gegen Türen. Naja, auch Pflanzen haben Gefühle. Wo kommt er? Aber ist das Thema schon mal, dass hier nichts ist? Ich glaube, ich höre den. Ich glaube, dass er direkt in den Raum reinkommt, wo ich bin. Ich lebe das weg. Ich lebe das weg. Scheiße. Warte mal. Jetzt kann ich die Tür. Ja, das erste mit dir ist dort hinten. Und da schon. Und da schon. Okay. Ich wusste wieder zu lange gewartet. Fuck! Ich glaube, ich habe nicht zu lange gewartet. Alter! Okay. Der kommt runter, wartet. Ich habe da noch gar nicht gehört. Ich habe da noch gar nicht gehört. Wir müssen aber zwei Ventil aufmachen. Scheiße, ich hätte schnell wartet, dass der kommt. Den Ventil haben wir schon mal. Wir brauchen aber zwei. Da steht er in dem Raum. Ist er weg oder ist er noch da? Scheiße, ich höre dich nicht mehr. Bis jetzt. Scheiße, ich muss das andere Ventil. Hinten in dem Zimmer war nichts. Und auf der anderen Seite ist ein Sackgasse. Scheiße, wo geht's lang? Äh, Dingerreihe, Dingerreihe. Oh, das ist der Shit. Du Bastard Können Sie sehen, dass das andere Ventil hier drin ist Das ist ein Ventil Okay Wo zur Hölle könnte das andere Ventil sein Das muss ja auch dann in so einem Waschraum drin sein Die Luftkörper, ich brauche ja zwei Ventile, oder? Der wird definitiv von mir vorbeikommen In dem Moment In dem Moment muss man ausnutzen Oder ich bin heute Juli unterwegs Und gehen versuch Ach komm, scheiß drauf Lieb mir immer Sean Ich bin heute Juli unterwegs Schwenning Na? Digi-Beert? Na, da bist du selber angepisst, wa? Die Schnauze. 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 Ist das hier ein Bild von? Zwei Ventile. Scheiße, woher der Sand war? Scheiße. Scheiße. Alter. Nicht so ein scheiß Ernst, oder? Ich dachte, das ist ein scheiß Ernst. Der kann mich ums Eck sehen. In Zivis. Na gut, ich war auch unter dem Spiel. Unkohl, Alter. Nicht unkohlen. Ich muss nicht überlegen. Scheiße. Ich muss einmal 20 Sekunden. Ah, bitte. Scheiße. Oh, das ist da hinten auch eine kleine Tür, die ich nicht gesehen habe in der Eile. Wo ist mein Freund? Ich bin da zum Kotzen. Was ist das? 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 Das wünsche ich doch jedes Pärchen, oder? Wann so ist das? Wann so was, wann? Wann so was, wann? Wann so was, wann? Wann so was wann? Das ist das? Wann so richtig ist, wann es? Alles kleine Krepanz trat, du kannst mich vor. Ich weiß nicht, wenn du es wann hast, dann fern! Schhhh, da muss ich nicht stören. Das waren die Behinderten, wird gedacht. Scheiße, ich habe echt nicht gesehen, dass man da durch kann. So, und jetzt muss ich mega fett fett. Alter, bist du blind oder was? Ich habe mir vorgestellt, was denn da da schief gelaufen ist, Alter. Alter, bist du blind oder was? Ah, das ist dort hinten. Jolo! 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 Du bist gekommen, Alter. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ein Käffchen. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ein Käffchen. Nice. Oh, hier wollte jemand einen Fleischsalat machen. So. Das ging wahrscheinlich ein bisschen in die Hose, oder? Das ging wahrscheinlich ein bisschen in die Hose, oder? Ja, gut. Okay, okay, okay. Ähm. Wir haben wahrscheinlich gleich wieder abhauen müssen. In dem Sinne, äh, werde ich den Part jetzt wenden. Und sorry, dass ich so blöd war und nie gesehen habe, dass man dort hinten lang gehen kann. Das war einfach nur, äh, fail von meiner Seite. In dem Sinne, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht den 12 volles. Bis zum nächsten Mal bei Outlast mit Sam Chemiker zur Weitwähnigkeit. Und in dem Sinne, ähm, schönen Tag noch. Yay.